Das ist aber merkwürdig. Ich sehe da eins von diesen Dingelingern. Was für Dingelinger? Du weißt schon, wenn es so heiß ist und du siehst etwas, als wäre es wirklich da, aber es ist gar nicht da, weil es nicht wirklich ist. Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Hey, Fubi, sieh mal da. Sie sehen aus, als wären sie echt. Ich kann sie sogar hören. Oh, ich kann sogar ihren Atem riechen. Was für eine Stinkerei. Ich glaube, die sind echt. Ja, du, fahr ich auf. Oh, oh, das nicht klingt gut. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh! Ah, oh, oh! Ah, jetzt habe ich Kopfschmerzen und ich habe immer noch Riesendurst. Sie sitzen in der Falle. Wir müssen ihnen helfen. Woh! 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 Woh-oh! Woh-oh! Nach einer Fisch! Yap, yap, yap! Ja, rap! Und jetzt bin ich mir weg. Nichts wie weg! Weg! Sie kann's bestimmt schnell flitzen können. Ja, wir müssen was unternehmen. Wartet! Nicht so schnell! Alles ist wieder gut! Und? Habt ihr irgendwo Wasser gefunden? Jetzt reicht's mir aber! Sarah, warte! Wir müssen von hier weg! Auf der Stelle! Klaro, Klärchen! Jetzt geht das wieder von vorne los.